Die G-Corp ist in diesem Zug. Er kann mir bestimmt etwas über meine Mutter sagen. Was hat die Mishima-Seibatsu mit meiner Mutter zu tun? Das Teufelsgen Das Teufelsgen führt zu einer sofortigen Reaktion der Körperzellen und verschafft der Versuchsperson einen massiven Energieschub. Vor 20 Jahren wurde das Gen-Manipulationsprogramm, das den Beginn der Teufelsgen-Forschung darstellte, nach einer Reihe tödlicher Unfall im Zuge klinischer Studien aufgegeben. Heihachi Mishima verlangte die Zucht eines Exemplars, das die Behandlungen überstehen konnte. Wir berichten der damaligen Verantwortlichen, Emma Klesen, statt das männliche Exemplar N-T01 im Alter von 6 Jahren. Meine Mutter arbeitete für die Mishima-Seibatsu? Woaaaaah! Weiche-Sie sind die Ämmige und die Eier! Verkauf! Weiche-Erweiche-Eier! Verkauf! 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 Keine Sorge, Mama. Ich finde deine Mörder.